GDHV News vom 7. Oktober 2022. USA, Biden begnadigt massenhaft. Volksabstimmungen im November. Herzlich willkommen bei den DHV News. Zum letzten Mal jetzt hier der Aufruf, wenn ihr in Niedersachsen seid, geht wählen. Am Sonntag sind Landtagswahlen. Nächste Woche wird das hier also nicht mehr vorauftaucht mit dem Wahlaufruf. Aber es ist wirklich wichtig, dass ihr wählen geht, wenn ihr in Niedersachsen seid. Denn ihr könnt wirklich einen Unterschied machen. Möglicherweise ist genau eure Stimme diejenige, die darüber entscheidet, ob Cannabis wirklich in Deutschland legalisiert wird oder nicht. Weil, ihr kennt das Problem, die CDU immer noch im Bundesrat die Legalisierung blockieren kann, weil sie an so vielen Landesregierungen noch beteiligt ist. Unter anderem in Niedersachsen. Also geht wählen und verhindert die CDU. Sorgt dafür, dass sie an der nächsten Landesregierung nicht beteiligt ist. Dann haben wir nämlich eine Chance, nächstes Jahr im Herbst bei den Hessenwahlen das Problem abzuräumen, da noch die CDU rauszukriegen aus der Landesregierung. Und dann im besten Fall der Weg komplett frei ist durch den Bundesrat. Es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, das Problem irgendwie zu regeln. Aber am besten ist es einfach, wenn die CDU da aus dem Weg ist und dann auch nicht mehr irgendwelchen Unsinn reinverhandeln kann oder das Ganze noch ewig verzögern kann oder so. Eure Stimme zählt diesmal wirklich sehr. Also bitte geht wählen. Und wenn ihr selber denkt, das bringt alles nichts, ja, dann macht das einfach für mich. So, und dann habe ich noch einen Hinweis auf ein Video. Und zwar eine Arte-Diskussionssendung mit Dirk Heidenblut und anderen interessanten Gästen, wo noch mal ein bisschen rauf und runter die aktuelle Situation besprochen wurde. Auch Erwin Rüttel, der aufgeschlossene Abgeordnete der CDU-Fraktion, der sich einigermaßen was vorstellen kann an Fortschritt, ist dabei. Könnt ihr euch auch nochmal anhören. Aber ich habe jetzt mal verzichtet, hier Ausschnitte zu bringen. Guckt es euch an, wenn es euch interessiert. Und das ist auch schon der einzige Deutschland-Bezug hier in dieser Sendung. Die Nazis können also jetzt ausmachen, ja, das geht jetzt ums Ausland hier bei uns. Und zwar gucken wir ja gleich rüber in die USA, aber auch hier in Deutschland. Tatsächlich die ganze Zeit in Medien heute rauf und runter, alle großen Medienportale haben darüber berichtet. Zum Beispiel der Spiegel mit der Überschrift Lockerung der US-Drogenpolitik. Einfacher Marihuana-Besitz, Biden will Verurteilte begnadigen. Ja, das ist natürlich eine super Nachricht erstmal. Und netterweise hat Biden sein Statement auch als Video veröffentlicht. Da können wir hier schön einbauen, der erste Ausschnitt. Ja, Biden kritisiert also die Verfolgung von Cannabiskonsumenten erstmal ganz pauschal sozusagen. Und im Weiteren geht dann auch noch auf das Racial Profiling ein. Eben auf die Tatsache, dass weiße, schwarze und braune Menschen in Amerika ungefähr gleich viel Cannabis konsumieren. Aber die schwarzen und braunen viel öfter kontrolliert werden, viel öfter bestraft werden für ihren Cannabiskonsum. Also er hat das wirklich so gesagt, ja, so würden die Amerikaner das halt mit den weißen, schwarzen und braunen Menschen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt des Rassismus sozusagen, der auch über Drogenpolitik sich ausdrückt und über die Verfolgung der Konsumenten war ihm auch wichtig zu betonen. Und weiter geht's mit dem Punkt. So today, I'm taking three steps to end this failed approach. First, I'm announcing a pardon for all prior federal offenses for the simple possession of marijuana. Also Biden pardonkt die Leute. Ja, ich habe schon irgendwie irgendwo gesehen, er entschuldigt sich. Wahrscheinlich wegen diesem Pardon. Ja, aber das hat gar nichts mit entschuldigen zu tun, sondern Pardon heißt begnadigen. Ja, Biden begnadigt. Also will diese Leute begnadigen, die Konsumenten, die auf Bundesebene belangt worden sind von seinen Behörden sozusagen. Es geht also da nicht um Entschuldigungen, sondern beim Begnadigen ist ja so, dass man schon sieht, hat ein Täter eben Schuld auf sich geladen, ja, und man per Kraft der Macht des Präsidenten sagt man dann halt, ja, komm, ist gut, hast deine Schuld abgebüßt und jetzt bist du wieder ein rechtschaffender Bürger. Aber eine Entschuldigung sieht anders aus, sag ich mal so. In den sozialen Netzwerken wurde diese ganze Ankündigung von Biden insgesamt als fettes Statement für die Legalisierung verstanden, ja, und immer wieder so bezeichnet von wegen, ah, jetzt kommt die Legalisierung in den USA, Biden hat es gesagt. Aber das ist nicht der Fall, ja, das hat er nicht so konkret gesagt. Konkret kündigt Biden ja nur an, dass er eben diese Leute begnadigen will, die von den Bundesbehörden verfolgt wurden. Und jetzt fragen wir uns, ne, kommen die jetzt massenhaft aus den Gefängnissen frei, weil im schriftlichen Statement ist eben auch von Gefängnissen die Rede, dass es eben keinen Sinn macht, Cannabiskonsumenten ins Gefängnis zu stecken. Und, ja, also massig aus dem Gefängnis frei eher nicht, ja, darum geht es weniger. Nächster Ausschnitt. There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment, housing or educational opportunities as a result of that conviction. My pardon will remove this burden on them. Ja, es geht also um die gleichen Fragen wie bei uns, wenn wir hier als Handverband in Deutschland die Amnestie fordern von bisherigen Cannabis-Straftätern sozusagen nach der Legalisierung, wenn deren Tun gar nicht mehr illegal wäre, ja, dass man die ganzen Akteneinträge vor allen Dingen löscht, dass halt auf niemand mehr zugreifen kann und dann bei der nächsten Kontrolle irgendwelche Ärger entsteht. In den USA ist es eben auch so, da wird ja auch in den Staaten, wo legalisiert wird, massenhaft amnestiert sozusagen, Daten gelöscht und so weiter, damit die Leute eben solchen Ärger nicht mehr haben. Und in den USA kriegen wir auch noch viel schneller Ärger, wenn man solche Einträge hat, eben auch bei zum Beispiel Vermietungen und so weiter, ja, wenn man irgendwie eine neue Wohnung haben will oder so, eben neue Arbeitgeber, ja, auch die bekommen das dann im Zweifelsfall mit. Also jede Menge Ärger, wenn man so einen Eintrag hat. Das will er auflösen, aber es geht eben nicht um Leute im Knast, ja, jedenfalls nicht auf Bundesebene, denn die DEA und die FBI und so, die jagen ja eher die großen Fische, ja, die Bundesbehörden logischerweise und nicht jeden kleinen Konsumenten irgendwie. Die sind vielleicht mal im Beifang dabei sozusagen, aber das ist nicht jetzt unbedingt deren Job, sondern das machen eher die Bundesstaaten. Und da sind auch viel, viel mehr Leute verknackt worden von den einzelnen Staaten als jetzt von den Bundesbehörden. Insofern ist das ja ein Tropfen auf den heißen Stein, was Biden da macht. Sechseinhalbtausend Leute sind da wohl betroffen irgendwie, die jetzt einen Antrag stellen können, begnadigt zu werden. Und es waren aber Millionen Leute, die in den letzten Jahrzehnten in den USA entsprechende Einträge eingefangen haben und irgendwie Strafverfahren gehabt haben und so weiter. Die kann Biden gar nicht begnadigen und deshalb... Ja, also Biden ist das bewusst, dass das eigentlich eher eine Sache der Bundesstaaten ist, jetzt massenhaft die Leute wirklich zu entlasten da von diesen Strafverfahren. Und deswegen ruft er eben auch die ganzen Gouverneure der einzelnen Staaten auf, das ist ihm gleich zu tun und Massenbegnadigungen da zu veranstalten. Und ja, eben auch alle Gouverneure der Bundesstaaten, auch diejenigen, die eben nicht schon legalisiert haben. Ja, da sind natürlich dann auch die konservativen Republikaner-Gouverneure dabei, die er auch mit anspricht. Und was hat er noch als Drittes im Kücher? Ja, geht ja auch weiter. Ja, hier wäre der Einsatz gewesen für Biden, sich mal klar zur Legalisierung von Cannabis in den USA zu bekennen. Das hat er nämlich bis jetzt nicht getan und das verunsichert die Legalize-Szene in den USA. Kein Mensch weiß, ja, wird überhaupt eine Legalisierung möglich sein mit Biden? Auch bei der Auswahl des Kandidaten der Demokraten war das schon so eine Sache, wo immer diskutiert wird, naja, Biden ist jetzt nicht gerade die Speerspitze der Legalize-Bewegung, sag ich mal. Und der muss ja am Ende eben dieses Gesetz eben unterschreiben, auch wenn die Demokraten das dann irgendwann mal geschafft haben, das an den Republikanern vorbei im Senat, vorbei zu verabschieden, so ein Gesetz. Ja, da muss Biden das am Ende unterschreiben. Und jetzt mal klare Kante von Biden wäre absolut in der Zeit gewesen, ja, von wegen, ja, lass uns legalisieren, mach das so schnell wie möglich, unterschreib das sofort, das ist alles ungerecht und lass uns dann aufhören. Das hat er eben nicht gemacht. Und er redet nur von einer Umgruppierung, ja, da hat man sich nochmal angucken soll, dass das keinen Sinn macht, Marihuana als genauso gefährlich einzuschätzen, einzuordnen, wie eben Heroin und so weiter, die ganz super gefährlichen Sachen angeblich. Aber das bringt ja am Ende auch nichts, wenn er jetzt einfach nur umgruppiert wird in eine weniger gefährliche illegale Droge. Das bleibt ja trotzdem eine illegale Droge. Insofern ist das relativ schwammig, weil er da erzählt und hat nichts unbedingt mit Legalisierung zu tun. Es muss genauso laufen wie in Deutschland auch, ja, Cannabis muss aus der Liste dieser illegalen Substanzen komplett gestrichen werden und nicht irgendwie umgruppiert werden, genauso wie bei uns Anlage 1, BTMG, muss Cannabis raus. So muss eben das in den USA auch aus diesen Schedules raus der illegalen Substanzen. Aber genau da lässt Biden sich am Ende doch ein kleines Schlupfloch, wie ihr hier seht. Also es ist immerhin scheinbar nach seiner Vorstellung tatsächlich möglich, dass nach dem Ende dieser Prüfung der Umgruppierung und so weiter auch eine Entgruppierung wohl offensichtlich passieren könnte. Weil er dann eben sagt, dass bei einer Regelung auf Bundesebene bestimmte Regeln für den Verkauf von Cannabis festgelegt werden müssen, die Jugendschutz und so weiter. Und wenn er eben auch auf föderaler Ebene davon spricht, dann heißt das ja, dass zumindest die Option besteht auch für ihn in seiner Gedankenwelt, dass auf Bundesebene der USA dann doch das Gesetz gekippt wird. Er fordert das ganz konkret nicht in diesem Statement. Ja, das musst du mal sagen. Biden fordert hier nicht die Legalisierung, aber er wehrt sich auch nicht dagegen. Er widersetzt sich nicht. Er kann es sich halt immerhin irgendwie vorstellen offensichtlich mittlerweile. Und das ist auch schon mal ein kleiner Fortschritt. Und das Fazit klingt dann sogar auch ein bisschen dann doch nach Entschuldigung. Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana. It's time that we write these wrongs. So, also was bedeutet das Ganze jetzt? Zunächst mal, das Ganze ging nicht schnell. Das haben wir auf den sozialen Netzwerken jetzt schon wieder häufig gelesen. Diese hemdsärmelige Art der Massenbegnadigung, ja, zack, zack, begnadigt. Gefällt natürlich erst mal und sieht aus wie eine wahnsinnig schnelle Aktion. Und es wird dann geschimpft auf Deutschland, wo alles so furchtbar lange dauert. Und die können halt alles ganz schnell. Und das ist aber eben Blödsinn, weil Biden ist vor fast zwei Jahren gewählt worden und hat keinen Finger krumm gemacht bisher, um da irgendwie vorwärts zu kommen bei dem Thema. Und die Demokraten, seine Partei, die schaffen es eben auch nicht, in beiden Parlamentskammern einheitlich vorzugehen, ja, einen gemeinsamen Antrag da irgendwie zu erarbeiten oder so. Sondern die machen im Senat etwas anderes als im Haus. Und ja, die haben dasselbe Problem eben wie wir mit der CDU im Bundesrat. Die haben keine Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer, im Senat eben. Und nochmal zum Vergleich, ja, in Deutschland ist die Wahl erst ein Jahr her. Und das wird eben tatsächlich auch offensichtlich gebastelt am Liegeleis-Gesetz und passiert was und so. Und Biden macht jetzt eben diese Aktion nach zwei Jahren. Und am 8. November stehen die Midterms an, also die Wahlen, die immer mit zwei Jahren versetzt stattfinden. Also zwei Jahre versetzt zu den Präsidentschaftswahlen. Und dabei wird das Repräsentantenhaus komplett neu gewählt. Also die eine Kammer, Parlamentskammer. Und ein Drittel des Senats, also der anderen Parlamentskammer. Und dass Biden jetzt handelt, kurz vor dieser wichtigen Wahl, ist auch kein Wunder. Ja, ist offensichtlich im Zusammenhang da. Und die Mehrheit der Amerikaner, stabile, satte Mehrheit, über 60 Prozent, ist seit Jahren für die Legalisierung von Cannabis. Insofern hat er wohl jetzt langsam verstanden, dass man da zumindest vorsichtig mal versuchen kann, Punkte zu machen. Und was er da jetzt aber vorhat, ist eben keine Legalisierung, ist sogar noch nicht mal eine Entkriminalisierung. Er sagt noch nicht mal irgendwie, Strafverfahren gegen Konsumenten werden jetzt endgültig beendet. Ja, die gibt es in den USA nicht mehr. Oder jedenfalls nicht auf föderaler Ebene, wo er einen Einfluss darauf hat. Das sagt er nicht. Ja, er bringt nur diese Begnadigung. Aber wenn die Gesetze nicht geändert werden, dann heißt das ja, dass jeden Tag neue Vorurteilte dazukommen. Ja, und das ganze System ständig wieder neue Opfer produziert. Ja, dann kann er irgendwie den ganzen Tag nichts anderes mehr machen als begnadigen oder so. Ja, oder so. Jede Woche so einen Standardtermin zum Begnadigen irgendwie festlegen. Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Da muss noch was anderes passieren. Aber Biden-Statement könnte eben auch ein erster Schritt sein. Ja, also kann nur ein erster Schritt sein. Muss da eben noch weitergehen. Geht ja nicht los. Biden macht sich locker. Ja, das ist insofern schon mal auch nicht verkehrt. Ich habe euch das Video, das wir hier zitiert haben, Bidens Twitter-Posting zu dem Thema und das schriftliche Statement des Weißen Hauses. Alles nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Könnt ihr alle nochmal nachlesen. Stehen nochmal ein paar Details drin. Und im besten Fall ist das Ganze ein Testballon. Biden will ausprobieren, wie eben so eine vorsichtige Lockerungsansage wirkt. Ja, ob er dafür irgendwie zu viel Kloppe kriegt von diesen komischen rechten Medien, die die da haben. Oder eben auch konservativen Bevölkerungsschichten. Oder ob er vielleicht sogar mehr Erfolg hat. Ja, also insofern guckt alle mal auf den Tweet von Biden. Liked den mal alle, wie verrückt irgendwie. Jedes Like trägt dazu bei, dass er sich noch weiter vortraut, nehme ich mal an. Bis er sich dann eben wirklich klar zur Legalisierung positioniert. Und im schlechtesten Fall will er sich mit kleinen Schritten Luft verschaffen jetzt hier. Das Ganze nochmal ein bisschen rausschieben und verzögern. Und erst hat die Legalisierung dann komplett in seiner zweiten Amtszeit durchziehen. So im Alter von 100 ungefähr. Oder überlässt das Ganze dann eben seiner Nachfolgerin Kamala Harris so ein Jugendthema. Na ja, er soll die hat machen. Keine Ahnung, weil er sich jetzt da so denkt. So ganz offiziell sind die USA mit diesem Statement jedenfalls noch nicht eingestiegen ins Rennen um Platz 3 der Nationalstaaten, die Cannabis legalisieren. Sie könnten aber trotzdem Deutschland am Ende noch überholen, wenn da Zug drin bleibt in den USA in der ganzen Geschichte. Und das kann durchaus sein, denn zusammen mit den Midterm-Wahlen finden auch Volksabstimmungen statt in fünf US-Staaten über die Legalisierung von Cannabis. Das sind Arkansas, Maryland, Missouri, North Dakota und South Dakota. Die werden alle gleichzeitig am 8. November zusammen mit diesen Midterm-Wahlen über die Legalisierung abstimmen. Und die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass wir dann endlich in einem Monat wieder die legalisierte Weltbevölkerung ein bisschen hochzählen können. Wie gesagt, die Umfragewerte sind in der Regel auch in den meisten dieser fünf Staaten sehr gut aus. Ja, da werden wir auf jeden Fall Erfolge sehen, höchstwahrscheinlich. Insofern geht es da vorwärts. Kommen wir mal nach Kolumbien. Ja, ich habe gesagt, bisher sind zwei Nationalstaaten, die bisher Cannabis legalisiert haben, nämlich Uruguay und Kanada. Ein paar US-Staaten noch, aber das sind ja keine Nationalstaaten. Eben alles die, die ihr hinter mir auf der Karte als markiert seht. Also ziemlich wenig bisher, ja. Die US-Staaten machen natürlich ordentlich Raum und Kanada ziemlich groß. Aber ansonsten ist auf der Welt noch nicht viel passiert. Und Deutschland steht in den Startlöchern, jetzt eben die Nummer drei zu werden. Ich habe hier schon berichtet, dass in Kolumbien ein neuer Präsident gewählt worden ist. Und der geht ganz radikal neue Wege, auf jeden Fall verbal erstmal. Ja, sagt, Drogenposition ist grundsätzlich gescheitert, macht viel mehr Probleme, als das irgendwie was bringt. Gerade in Kolumbien auch, klar, mit den Kokain-Kartellen und so, die haben natürlich massive Probleme auch. Und jetzt wird es aber konkret, bisher war das eher eben schön sprech sozusagen, aber jetzt fangen Sie erstmal mit Cannabis an. Ein erster Entwurf des Legalisgesetzes wurde in einem Ausschuss mit großer Mehrheit verabschiedet. Ist leider noch nicht viel über die Details bekannt, was jetzt da genau drin steht, ja, was ist mit Eigenanbau und so weiter, da habe ich aber zunächst drüber gefunden. Und es scheint auch noch eine komplizierte Angelegenheit zu werden, trotz dieses überwältigen Abstimmungserfolges da fast einstimmig, haben die da zugestimmt. Aber es muss noch viel passieren, inklusive einer Verfassungsänderung wohl, ja, also Drogenverbote sind da sogar verfassungsmäßig festgelegt, dass das irgendwie so sein muss, muss geändert werden. Aber ab sofort gehört Kolumbien jetzt nicht nur zu den Ländern, die theoretisch irgendwie Prohibitionen in Frage stellen, sondern ganz konkret den Plan haben, offiziell Cannabis zu legalisieren und den parlamentarischen Prozess dazu auch begonnen haben. Ja, und davon gibt es nur sehr wenige Länder auf der Welt, die in diesem Stadium sind. Auch zum Beispiel die USA nicht, nach Bidens Statement habe ich ja gerade gesagt, da kann man sich schon fragen, gehören die dazu, streben die jetzt die Legalisierung an oder nicht? Man könnte sagen, das Repräsentantenhaus schon, der Sinn hat nicht, ja, und der Präsident weiß es noch nicht so genau, aber in Kolumbien ist das eine klare Sache, Präsident will, Parlament will und so weiter, da geht es vorwärts. Wie in Deutschland, ja, muss man ja mal sagen. Ja, Mexiko könnte man vielleicht noch mitzählen, die versuchen aber seit vier Jahren schon jetzt ein Urteil des obersten Gerichts von 2018 umzusetzen, das gesagt hat, aktuelle Cannabis-Gesetz ist verfassungswidrig, wobei es da mehr um die Verfolgung der Konsumenten ging und den Eigenanbau. Aber der Staat hat dann gesagt, ja klar, wir schrauben jetzt eben an einem Gesetz mit einer vollständigen Legalisierung inklusive Verkauf und so weiter. Die kommen aber nicht so richtig vorwärts, das Gericht hat denen schon zigmal irgendwie die Frist verlängert, auch wegen Corona und so, die kommen aber irgendwie nicht vorwärts. Die Schweiz könnte man auch mitdenken in dem Zusammenhang, ja, die machen zwar jetzt erstmal Modellprojekte zur Cannabis-Abgabe, aber gleichzeitig gibt es ja schon wieder Anträge im Parlament, Cannabis vollständig zu legalisieren und im Moment sieht es so aus, als hätten die da eine Mehrheit, ne, und werden das jetzt mit Schweizer Gemütlichkeit weiter vorantreiben, auch da könnte man sagen, okay, die sind auch einer der Staaten, die offiziell diesen Prozess begonnen haben, aber Deutschland ist im Moment tatsächlich immer noch an der Spitze der Bewegung, ja, da gibt es wirklich nicht viele vergleichbare Staaten, die jetzt so weit sind, wie wir gerade in dem Prozess. Und Kolumbien kommt jetzt dazu, ja, also das Rennen um den dritten Platz ist in vollem Gange und wer weiß, vielleicht werden die ja doch noch vor Deutschland fertig in Kolumbien. Wo wir gerade schon mal bei der Schweiz sind, da ist letzten Blick nochmal eben hingeschaut. Ich hatte vor kurzem hier Ausgabe 350 der DRV News schon berichtet, dass eins der Modellprojekte sich verzögert hat, nämlich das erste eigentlich, was jetzt eigentlich beginnen sollte, in Basel. Das hat sich verzögert, weil Pestizidspuren gefunden wurden in dem schon fertigen Marihuana, was eben für diesen Versuch angebaut wurde extra, und es soll eben auch Bio-Marihuana sein, wurde extra gesagt, wenn das irgendwie geht, und da passen natürlich Pestizidspuren nicht so richtig dazu. Und jetzt haben wir auch noch eine Verzögerung in Zürich gemeldet bekommen. Ja, also auch da, da fehlt die nötige Genehmigung des Bundes. Deswegen konnte der Anbau noch nicht beginnen, und die wollen eben nicht Indoor unter Volllampen sozusagen anbauen. Das geht wahrscheinlich auch nicht zusammen mit Bio-Gras, ne, das macht ja keinen Sinn, Bio-Gras unter Lampen anzubauen. Der ganze Wahnsinnsstromverbrauch ist eh irgendwie von gestern, da muss man sowieso von runterkommen. Aber ein Jahr Verzögerung deswegen ist natürlich schon auch bitter für den Fortschritt bei der ganzen Angelegenheit, aber so ist das jetzt nochmal. Da kann man sich schon langsam fragen, ob dann überhaupt noch irgendein Modellprojekt an den Start geht in der Schweiz dieses Jahr. Weil die müssen ja alle noch anbauen irgendwie, und ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie anderes da schon weiter wäre als die beiden. Insofern, ja, vielleicht war das auch für dieses Jahr, ne, aber es kann auch sein, dass mir da Informationen fehlen, dass noch eine andere Stadt jetzt das Gras schon da liegen hat und auch jetzt kurz davor ist loszulegen. Aber ja, auf jeden Fall kommen da ständig die Verzögerungsmeldungen. Vielleicht haben die ja die Legalisierung in dem Parlament schneller verabschiedet, als irgendwie eins von den Modellprojekten da an den Start geht. Ja, könnte auch sein. So, das war es für heute. Ja, nicht nur bei uns malen die Mühlen langsam und ich komme zu den Terminen. Da haben wir einmal Ortsgruppentreffen in Oldenburg, Freitag, 7. Oktober. In Heidelberg haben wir einen Infotisch der Ortsgruppe, Rhein-Neckar, Samstag, 8. Oktober. Dann, ganz kurz noch reingekommen, in Bamberg ein Ortsgruppentreffen, Montag, 10. Oktober. Dann Oldenburg trifft sich die Gruppe nochmal, Samstag, 16. Oktober. Dann wieder Heidelberg, Gruppentreffen, Dienstag, 18. Oktober. Wieder Oldenburg, Mittwoch, 19. Discord, Sprachchat der Ortsgruppe. Also Rhein-Neckar, Heidelberg und Oldenburg ganz vorne dabei. Jetzt noch in Bamberg reingekommen, aber was machen die ganzen anderen Gruppen? Also schönen Gruß an der Stelle an alle DHV-Ortsgruppen. Macht ihr zwei Wochen nix oder was macht ihr so? Trefft ihr euch nicht oder wie auch immer? Wollt ihr nicht auch mal in die DHV-News wieder? Wollt ihr mal genannt werden? Also hier ist auch massiv Platz für die Verkündung von Ortsgruppentreffen. So, das war es für heute. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Ja, mal eine intensivere Einordnung von Bidens Vorstoß. Ja, Daumen hoch dafür, wenn ihr darauf gewartet habt, sozusagen. Das hat mal einer so klar alles erzählt. Und wenn ihr für die Legalisierung seid, abonniert am besten sowieso diesen Kanal. Drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.